Das kleine Gute-Nacht-Video, das ist extra nur für dich. Ja, für dich, genau. Denn eine gute Nacht, die wünsch ich dich. Et wäre schön, du wärst bei mich. Scheint der Mond zum Fenster rein. Denk ich so, ach wie schade, du bist ja gar nicht mein. Aber trotzdem wünsche ich dir einen schönen Schlaf und eine gute Nacht.